Die haben den Tresor zurück, man ist bis zu tot. Ja, aber unsere Leute leben noch, aber ich bin letzter. Ja, Moment, nochmal so. Leute, wir sind wieder zurück bei Battlefield Hardline. Immer noch die Lappen dabei, diesmal eigentlich einen gescheiten Spielmodus, nicht mehr so behindert Auto fahren. Der Spielmodus, ey, die letzte Runden waren übelst lustig. Nein, waren sie nicht. Finde ich nicht, als sonst. Na, Swim. Was? Das war lustig, oder? In der letzten Runden bei Hotwire. Holt euch das Paket. Wo ist das Paket? Ziemlich geil. Ja, du musst es holen. Bist du jetzt behindert oder so? Ich sage, ich verteidige B. Ah. Nein, du bewachtestes Paket jetzt. Du bist ein Polizist. Wo ist das Paket? Töterer Gegner. Geh mir das Meipen, Markus. Ja, gleich, wenn ich tot bin. Soll ich Gletterhaken und... Weil, oder? Äh, du nimmst Gletterhaken, ich soll Rutsche? Ich hätte beides. Also, ganz beides nehmen, ja? Aber ich weiß nicht, was ich sonst nehmen soll, nämlich. Ich weiß nicht, wo hier Gegner sind. Da, wo gerade es rot ist. Ach, da ist was. Also, auf dem Foto gespawnt. War das schlau? Nein. Ich glaube auch nicht. Aber es wurde wieder entschärft. Wo ist denn überhaupt offen? Vorne offen? Ja, ne. Irgendwo ist offen. Das ist hinten oder oben. Das ist genauso behindert. Prob mir das zu. Ey, hier Leute, Musik. Es ist vorne und hinten offen. Ich hab keine Ahnung, wo du... Ja, vorne ist jetzt... Hä, warum ist... Ja, weil wir aufgemacht haben. Ah, von der war nicht offen. Er hinten ist offen. Ich weiß nicht mal, wo... Von der an die Bälle hingestellt wird. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt? Ja, musst du die zwei Pakete da sind. Ich muss den verteidigen. Ich hab ja mal den Gegner gesehen. Ja, ja. Magnus hat noch ein Smeipa ist hier gut. Okay. Wenn man den Rückeingang decken will. Da hast du gut. Ja, ich hab einen getötet. Das war getötet. Okay, Hilfe. Irgendjemand macht das Tor gerade auf. Mach's wieder zu, Mann. Und schießt am besten zurück ein bisschen. Ich hab die... Also hinten... Auf dem Dach oben sind welche. E. Glaub ich. Sag mir das gerade so aus. Weißt du, oder glaubst du? Ich hab irgendwas laufen sehen und es mal nicht verwendet. Ja, und ein Dach war eben einer, wo mich getötet hat. Aber der setzt nicht. Oh, das sind viele. Was? So, die Scheiße, hierzu. Find ich keine von denen. U3-Kiss mit der MC, jetzt bitte, weil da einfach... MC Sese, was ich jetzt mit der Woche... Nee, MC Sese. MC Sese. MC Sese. MC Sese. Okay, ja, das ist eine ziemlich okay, war zu, glaube ich. MC Sese. Vorsicht, hier euch, hier euch, hier euch. Ich bin gar nicht da. Ah, fuck. I got him. Doof, du. Oh, jetzt hat er mich mit dem Headshot, natürlich. Natürlich töten wir, jetzt sind bei dem Spiel alle mit dem Headshot. Ist der Battlefield. Ja, Zillen gibt's auch Headshot. Und Kärte gibt's auch Headshot. Ja, dafür geb ich sie meistens. Oh, die haben die zwei Pakete. Die muss jetzt töten. Oberste Priorität. Wo sind die? Dass sie das Schössiger, da wo es angezeigt wird. Ich sehe ihn, also unter mir. Die bewegt sich. So, hab ihn. Ja, und jetzt machen wir uns dort das Bewachen. Und ich gehe mal noch auf den 1er, okay, der ist auch dann. Läuft es da stehen, Rückeroberung steht dann da. Musst du da bleiben. Die Gegner von abwenden. Wir werden mal den Ausgang hier decken. Rückeroberung. Ja, okay, es ist Punkte. Ich mach mal den Tresor wieder zu. Scheiße. Auf, fuck. Ich glaube, ich habe hier mal ein bisschen bessere KD als beim anderen Modus. Ja, der andere Modus geht's auch nicht um KD. Nein, immer um KD. Das geht's immer um KD. Also, weil es geht ums Geld. Ja. Allgemein, hier geht's nur ums Geld. Ums Geld. Pay to win. Nein. Nicht, docker. Feel to earn money and win. Ja. Ja, sprich mal, dann kannst du auch verkaufen. Du musst spielen, um Geld zu kriegen. Mit dem Geld kriegst du wieder Waffen. Und da, Mann, ist alles vertragen. Ja. Erstmal Tür zu machen, ne? Der hat uns alle drei geholt, der Typ. Achso, ja, aber gut, aber der hat sich wieder versteckt irgendwo. Ja, ich verstecke mich. Ich bin da, wo der Gegner ist. Ja, das ist mein Verplay. Ich mach ihm die Skills. Brand! Interiorio! Achtung, hinter uns! Ich bin tot. Der hat mich gar mit einer Spaß gewonnen hittet. What the fuck? Über so ne Distanz. Okay, ich lasse es mit dem Snipen. Kannst du ihn? Ah, fuck, ich wollte dich gerade holen. Was holen? Na, ich wollte gerade wiederbeleben. Ja. Ich glaube, ich ne Spät Wiederbelebung und... Was soll ich nehmen? In Kletterhaken und Wiederbelebung und du nimmst? Seilrötchen, Wiederbelebung. Ja, ich bin Seilrötchen, ja. Wollt dann nicht nach Wiederbelebung. Hey, warum kann ich Wiederbelebung nicht ausrüsten? Geht nur auf hier. Ja, ich bin auf hier. Guck nicht. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich komme wieder von hier, scheiß Spawn. Ich kann Wiederbelebung. Ach, Defi. Hier ist es ja der Defi und nicht die Spritze. Noob. Ja, bei den anderen ist es eine Spritze. Ich habe jetzt dann danach der Spritze gesucht. Was kannst du nicht? Was? Woop, woop. Die Tür ist weg, scheiße. Wir haben gleich gewonnen. Ja. Noch vier Gegner. Das war eine langweilige Runde. Jetzt müssen wir da mal in den Angriff. Dann zeigen wir mal, wen man hier angreift. Das ist wie so vier Gegner. Ach so, alle Tickets verballert. Jawohl, sieben, vier Leute. So macht man das. So sieht das doch gut aus. Che, che. Das ist so noch was aussieht. Da haben Sie ausnahmsweise immer recht mit der Behauptung easy. Ja, klar. Ja, wir haben ja nicht angegriffen. Die Verteidigung ist schwerer wie angreifen, meiner Meinung nach. Hallo? Doch. Hier schon. Wenn die Gegner nämlich einmal aus dem Tresor raus sind, kannst du es ja fast nicht mehr aufhalten. Ich hab's ja aufgehalten. Beide. Wollt's nur das mal erwähnt haben. Hier, hab's ja aufgehalten. Nebenbei. Was wolltest du erwähnt haben? Dass sich so beide aufgehalten haben, die aus dem Tresor rauskommend sind. Ja. Äh, Kletterhaken oder Sairochi, was soll ich mitnehmen? Kletterhaken. So, und jetzt soll ich für die AKM wieder Sachen freispielen. Was machen wir? Äh, Sniper, oder? Nee. Beangrückt finde ich Sniper dämlich. Ich nehm Operator. Ja gut, stimmt. Dann nehm ich Seilrutsche mit. Ja, okay, nee. Scheiße. Ich hab Kletterhaken und du Seilrutsche. Ja gut, dann scheiß auf... Nee, nicht auf Medik. Doch, ich hab Medi-Pack weg. Ich hab auch Seilrutsche. Ja, Medi-Pack, Medi. Die ist halt voll wichtig eigentlich. Du bist halt fast down, bist halt. Ja, aber Wiederbelebung kann auch wieder einen holen, ne? Ja klar, aber trotzdem. Ich hab erstmal Radio angemacht. Du musst Futter be... Äh, Futter hat sie aus. Einer down. Nate. Okay, meine Nate. Oh, meine Nate hat ne Tür aus dem Angel gerissen und mich mit der Tür erschlagen. Ja, hast du richtig gut gemacht. Das ist nicht, dass du bist ne Angreifer. Ja, wir sind ein Angreifer. So, steht das Paket. Holt's euch, ich denke euch den Weg. Doch, ich brauche Molotow-Cocktails, die sind viel cooler. Wo ist der Kurier? Wo ist er? Das heißt, wie die einfach überall grad einbrechen. Oh, fuck, zwei Töte. Mit der Spaß. Überlebt mal einer von euch. Ich lebe. Gut. Wir haben den Dressort wieder zurück. Wir waren sie direkt an denen hier im Spawn. Die haben den Dressort zurück. Man heißt, bis... Leute. Bist du tot. Ja, aber unsere Leute leben noch. Oh, ich bin letzter. Ja. Alter, die AK ist saugeil. Okay, wir haben schon mal einen Punkt. Was machst du hier? Den Dressort raum springen. Warum? Weil, damit wir mehr Eingänge haben. Ja. Ich hab ne Seilrutsche gebaut. Lass mal runterkommen. Ja, wir müssen auf die andere Seite zu A. Wir müssen den Paket Nummer 2 jetzt da zu A bringen. Sollt ihr weg. Ich hab ein schnelles Klettern geklärt. Klettern geklärt. Klettern geklärt. Ah, Futter? Futter ist schon zu blöde. Nein, die Klimaanlage hat mich erschlagen. Was? Ich hab Futter geklärt. Klettern geklärt. Ja, ja. Ne Paket 2 muss zu Alfa. Also, wir müssen Paket 2 sichern. Ich fordere mal Befehle an, weil du kannst das nicht. Markus Seilrutsche. Ja, ist doch schon, oh, oh. Ja, aber nicht hier. Da, wo du Gespräch hast, ist Ne Seilrutsche. Hab ich gebaut. Aber hier brauchen die zu A. Wo ist das Paket? Markus, das war gefällt. Aber heftig. Das ist nicht. Ne Mal passiert. Ich finde nicht mal. Paket. Hab ich. Da, Höhen. Du bist 80 Meter weit weg von mir. Fluchtheli ist unterwegs. Was auch da kommt einer der Treppe hoch. 2. Tot. Wohin, tot. Äh, bitches. Jawoll. So geht das. Nur 900 Punkte, oder 809 Punkte gemachtes. Ja, ich hab über 2.000. Ich kapier das nicht. Ich glaub, sieh mir noch sinnlos durch die Gegend. Ja. Du musst erst mal anspielen, nicht? Dann wird das schon. Naja, ich mach das gleich nochmal. War einfach Team Bester. Den Weg aufgeronnen hat von Feinden. Machen wir nochmal da runter. Wenn du ruhig hochgehen kannst. Ja, natürlich machen wir noch eine Runde. Und die Gegner gehen einfach alle. Was aber schlecht sind. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt wieder Cops sein. Ist doch egal. Äh, Wiederangreifer. Ne, wir sind Cops. Ja. Ja, erst mit... Ich erst Enforcer? Ja, ich geh erst Enforcer rein. Jo, ich auch. Dann später Sniper. Ja, Hacker. Ja. Hacker. 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 Ja, ich... Äh, soll ich... Was soll ich mitnehmen? Ähm... Gasmaske jetzt mal. Warum Gasmaske? Weil die ist gerne... Gif... Ich hab kein Bock auf Gasmaske, ne. Gas... Uni und C4 hätte ich jetzt dabei was C4 ist hier für den Arsch dann nehme ich mal Uni und Ballistik Schild nämlich mal mit oder? ja, kannst du machen weil die Schild ist auch im Kurs glaube ich, mit dem Rücken gesichert glaube ich zumindest, weiß ich auch nicht ah, dann schluss ich schluss Foto, ich gebe dir Befehle, du läufst einfach den grünen Dingern nach was für grünen Dingern den gründ, viereckigen Pfeilen boah 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 alter jetzt hat, Markus, du hast meine Granate auf dem Rücken wir kommen die ganzen Rücken und hat nicht getötet ju, getötet ach so, hinter dir ist einer ich bin tot jetzt sind die wieder neu, ne ja, ja, spaß, ne guter konzentration ja, ich habe schon drei Kills das finde ich oh ja und hinter dir ist einfach einer mit der Schotti ja, aber mein Feuer ist noch angegangen ich habe drei Stücke tötet ich bin erster momentan wow bringt auch mal nichts ja, stimmt weil der Trissau geht trotzdem hoch weil du daneben standest und ihn aufbauen hast lassen also okay die gehen vom Dach aus rein das heißt, wir müssen hoch aufs Dach also händen und da oben sind welche tot scheißdreck warum immer ich ah mann g109 hat der noch, der Wichser g14 hat meiner er hat's guter 14 das Kill oh mein oh mein du bist so, dass wir jetzt alles so lappen du hast erstmal deine Schnauzen du hast erstmal deine Schnauzen du hast der erste der tot war ja ich habe mal rum okay, einer von denen läuft jetzt los ich denke der kommt zu B, aber ich bin mir nicht sicher denke ich auch okay, er ist am Dach oben äh, nimm mir den 1er erstmal vor ich nehm den 2er okay, da ist der 1er der ist n drin Pisser wo ist der 2er der ist auf dem Dach aber die sind oben auf dem Dach drauf ich hab den 1er na schön ich hab die ich hab die ich hab die Tür hier aber pass auf, die kommen gleich von vornherein oh, die haben das what the fuck der hat das genommen, der Wichser von wo? ja, war allein weg boah, Headshot hat er mich gegeben nehmen die Pistole, bist du schneller irgendwas kann ich rückerobern, was kann ich rückerobern ah da ist unten sind sie alter der wird der Pisser erzähl nicht über dem hab ihn alter hab ihn getötet, aber er ist oben auf dem Dach war ich zu Nubi, ich bin aus dem Fenster gefallen wir reden von den ganz anderen ich bin aus dem Fenster ich bin aus dem Fenster gefallen dammit sicher das Ding, mit deinem Schild genau, sicher mich sicher uns ne, bleib drinnen, so in der Mitte so die bringe ich noch mit hört Achtung, von vorne zwei, ah fuck da, wieder los äh, schneller Wurf, würde ich sagen, ist besser, ne? wir müssen zur B wir müssen zur B A ja, und dann mach's hinter dir aber wieder zu warte, bis offen ist und mach's wieder zu ja, ich mach zu wenn's geht kommt da ist aber da ist aber die Decke kaputt, ne? jaja, und hinten ist auch offen deswegen müssen wir ja aufpassen dann warum öffnet er die Tür wieder? äh, Achtung, die kommen hier oh fuck, ich muss aus da hüt ich hab die Tür in Brand gesteckt ich hab's egal, Alter, geholt ne, wir können's grad zurückerobern hab' ihn hab' ihn ja, und da draußen brennt eh grad alles das ist ja hier, weil der Tod oder gerade von vorne eigentlich schlecht rein, ja ich mag es ja da, gut wo sie könnten ah scheiße tot ja, immer noch kein medic hier, ne? Achtung, Tür geht auf vier stück voller dran einer muss überleben, wenn ich jetzt kurz zwei Sekunden ja, ich lebe nach ich lebe nach ich lebe nach hier, der Tresor ist wieder zu das heißt, die man hier nicht mehr hinten ist safe hinten ist safe ich würd's sagen, Sven, geh du mit deinem Schild da Achtung, äh, hinten fuck ganz der ist immer noch da wir sind zwei noch da da ja ja, da es macht es bei sie konnten Gott, wird das gezahlt wird, die Hände und denen werden das schild äh, das Problem ist wenn die reinkommen dann bringen die Menschen da nichts wenn die hinter mir sind quasi wenn die von oben kommen weißt du ja nicht hierhin stellen kommt wieder welche kommen sie kommen achtung habe ich habe den weg zu gemacht ich habe ihn angezündet ja ich habe aufpassen soll zu gemacht lassen ja die kommen wieder von oben aber wieder gemacht ja das sind unsere leute und das von darum hinten ist auch noch so mehr von hinten ist achtung hier ja mein brand hat hat ihn gerät wird aber ich habe nur 5 ab und granate aber scheiße hat und granate jemand muss vorne zu machen ja ich gehe habe ich hatte wieder auf ich bin tot aber ich habe aus der 380 prozent ist es aber ich mache ich habe ihn habe in das überleben zwei sekunden ein bisschen länger noch vier sekunden ich bin dort 24 sind überlebt auch das sind zehn leute oben oder so kommt jetzt alle runter scheiße leben wir nach schade eine neue schwarze holt sie können so waren wir gehen oben was darf sie geht übers dach wie viele leben haben sie noch wie viele tipps weiß ich nicht ähm 38 ach komm ja das ist das bei uns am sport wenn die ziemlich am arsch er jetzt gehe ich am medic rein g4 und kletterhaken markus hier scheiße wir wiesen schon mitte erhalten achtung kein ding mitte und wo ballern die auch nicht ich habe kein über macht den hilter put das bleibt nicht so doch fahrzeug getroffen ja da geht schon aber so alter ich komme als in schieb wieder Der Granatwerfer. Die kommen vom Dach runter. Reiz sie aus. So, jetzt schnell zum Ressort wieder. Den Chopper ist dann einfach... Selbst die Granaten egal, den können wir nicht zerstören. Gleich mit der BG ist es ja. Waschgeige, tot. Wie seid ihr schon wieder down? Ah, nee. Zum Torstor, Futter. Ja, ich laufe. Ja, ich mach wieder in Torstor. Futter mit Piste, laufst du schneller. Egal, Mainzeit. Soll ich auch wieder mit der Shotgun rein? Ja, wenn du willst. Hinter uns, hinter uns. Ja, scheiße. Aber danach machen wir was anderes. Wir haben jetzt über eine Stunde schon. Ja, das sind aber alle Modis. Gott. Na, fuck. Baseballschläger, scheiße. Ich konnte nicht so viel holen oder so. So, jetzt hab ich mal den Knüppel gekauft. Ich kaufe irgendwie so viel Nacken. Ach, jetzt sind die da hinten, oder was? C. Wie mies ist das? Hä? Weil wir eins verteidigt haben, müssen wir so an... C. Ja, das schaffen wir nicht. Scheiße. Schade. Na gut. Ja. Gegen so. Aber wir können ja nochmal Konkfest spielen. Nein, ich finde, wir müssen das auch noch aufnehmen. Nee. Das anderes aufnehmen, wenn das was für Anfänger... Nein, wir nehmen noch nie das auf. Ich bin schon wieder hier ganz oben. Nein, es ist Hardline-Beta-Woche. Da wird nix anders gespielt, ey. Echt so. Da wird nix anders. Das bringt dir eh nix mehr, wenn sie die Woche rum ist, ist das eh weg. Ja, und, aber du hast nicht viel gespielt. Echt so? Und ich kann trainieren. Dann mache ich noch eine Runde, aber danach gehe ich offline. Nimmst du noch auf, oder? Dann muss ich allein wieder aufnehmen, wenn ihr nicht mit aufnehmen wollt. Ja. Oh. Na ja, vielleicht überlegen wir uns ja noch mal. Also, die letzte Runde, letzte Runde. So. Oh, das ist schon... Halbachtig, aber ich gehe nicht. Ja, ich auch nicht. Ich bin halt eh nicht so. Ja, okay, jetzt halt noch in der Aufnahme, ne? Und, ja, ich weiß. Ja, und? Ich hab ja keinen Willen, oder sonst? Wenn wir sagen, wir gehen nicht. Wohin? Und, Foto, was gehen wir nicht? Ja, wohin? Ja, eben, schau. Das hat ja viel gebracht, oder? So, dein scheiß Ding weggemacht. Kann man den auch noch den Flügel wegschießen? Tatsache, den kann man echt den Flügel wegschießen. Oh, dass da kein Krüppel ist. Mach mal weiter weg. Markus, mach auf. Die werden gebrannt, da drinnen. Sind die Airy. Burn Gangsters. Also, die da drin sind arm dran. Wie kommen wir da durch? Ihr könnt euch Türen öffnen, Markus. Achso, darum können wir. Mit? Na. So, Radio ist an. Jetzt beginnt das Game. Ist richtig. Ich hab noch sechs Leben. Ich brauch Medic. Lass mich raten. Wir haben keinen Medic. Oh, Mann. Von hinten. Nee, wir haben keinen Medic, wir drei. Achtung, ein scheiß Ding. Sie rennen durch. Tot. Eil. Ah, fuck. Ein Reparaturwerkzeug, was nämlich dann mit? Statt Reparaturwerkzeug, Panzerung? Warum tötete du den Typ nicht? Doch, wir haben einen. Seilrutscher, oder? Tot. Seilrutscher, oder? Wieder tot. Ich hab, ich hab Seilrutscher. Ich hab's ja trotzdem dabei. Weil man kann sogar schnell auf der Straße reißen, auf grader Fläche. Wie sie es einfach nie schaffen. Nicht mehr zum Vettel. Bauer zum Platzieren. Nee, die schaffen es nicht einmal den Wings zum Platzieren. Das stimmt. Bin einfach zu gut. Hm. Weil wir so gut sind. Bauer. Aber man, es schlägt sich jetzt noch in die Kugel. Mann. Aber die können doch von hinten trotzdem noch reinsprengen, oder? Ah, da hinten sind sie. Ja, tot, tot. Immer wieder tot. Oh. Grenade. Das ist ein Arsch, oder? 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 Das ist ein Arsch. Eddie, geh nach dem Dach hoch. Da müssen wir hoch. Gott, noch weg. Mich auch. Der verkackt. Bin gleich oben. Ich nicht. Aber das sind noch mehr, Markus. Auf dem Dach ist keiner. Yes. Nein. Die kommen gleich wieder hoch, denke ich. Ja, genau da kommen sie hoch. Foto, da kannst du nicht hin. Wow. Habe ich gerade gemerkt. Sie sind aber unten. Ja, weil da den ja spawnen ist, darum sind die da unten. Achso. Sie bringen echt nicht bei den Tresor auf, ja? Doch, hinten, 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 hinten. Sie sind hinten. Ach du Scheiße. Hinter uns. Da ist noch einer, ne? Ne, das ist das Dach oben. Nein, ist hinten. Stimmt, ist hinten. Ja, ist hinten. Ja, am Arsch hinten. Der Chef war wieder im Werk. Hat sie getötet, ne? Was würdet ihr ohne mich machen? Äh, ich war auch hier. Ja, aber viel zu später, weil das Ding schon explodiert. Ja, ja. Ja, wäre es auch. Können wir von hier oben was machen, Markus? Ne, oder? Verteidigen. Ne, aber von draußen reinkämpfen oder so. Ja, das geht. So, wo sind sie denn? Um. Scheiße. Mach mir mal Musik an, damit das Verteidigen hier Spaß macht. Die können toben sein, ne? Die machen weg. Die werden wahrscheinlich planten. Ja, ich bin tot, du Spacken. Würde ich dir nicht sagen. Da. Zeig dir doch. Hast du Kletterhacken? Nein. Lauf ganz nach oben erst. Siehst du irgendjemanden? Nein. Nein. Achtung, Nate. Wir sehen. Ja, da oben. Zwei. Zwei Stück. Einen habe ich. Ja, ein halb mich. Und irgendwas ist geblendet. Den habe ich auch noch. Oh, hier liegt ein Medipack. Das ist geblendet. Bohrer oder was? Ja, Bohrer. Ja, ja. Ach, noch eins. Habt das? Wir waren am Dach. Das ist offen. Ja. Und die Türen hier sind zu. Scheiße. Ja, das ist noch. Ja, das war auch immer das war. Scheiße, ich laufe drauf vorbei. Mist. Gott gern. Schlechte Stelle ever, Runde ever. Ever. So. Oh ja, du bist ziemlich scheiße. Aber hart scheiße. Ist nur vorne offen, ne? Bis jetzt, ja. Dann haben wir es ja gleich noch einfacher. Also bald die Tür aufgeht, bleiben wir einfach mit Nades raus. Ich will raus hier. So wie gut, was er gerade aufmacht. Idiotter. Ja, ich will kämpfen. Ich brauche Punkte. Ja, die kriegst du hier drin auch. Da draußen müsst ihr alleine an Frex. Nein, da sind noch drei andere. Jetzt haben sie hinten geplantet. Siehst du? Und die hockt im Dresson, kommt nicht rechtzeitig hin. Und wir sind raus. Und ich kenne hier kurze Wege. Jetzt ist das Dach geplantet. Und hinten ist die aktiviert. Aber aufs Dach komme ich jetzt nicht. Ja, da bin ich schon. Ich habe jetzt keinen Haken dabei. Schon wieder wird es beschossen. Ja, nein, ich bin nicht da. Oh, fuck. Das Dott hat mit der Shotgun gewartet. Fuck. Jetzt kommt es ja vom Dach rein. Fuck, ich habe noch vier Leben. Das Dach ist offen, oder wie? Ja. Ja. Nee. Ich habe wieder einen weggeholt. Ich habe wieder einen weggeholt. Was ist das? Was ist das? Ah, die werfen Molotows. Oh, fuck. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das Götter ist ein Sunny gewesen. Hinten ist noch zu. Weißt du was? Ich kann auch Molotows werfen. Da ist noch einer. Einen habe ich. Oh, Mann. Hinten. Hinten planten, sie planten, hinten. Vorne zu. Vorne schließen. Nein, der hat einfach mal einen Headshot Shotgun überlebt. Hat er nur 20 Damage bekommen. Oh, Scheiße. Ich konnte nicht finden. Ist die hinten offen? Machen wir eine andere Klasse. Oder auch nicht. Doch. Tot. Die haben eh verloren. Oh, oh, Nate. Tot. Alter. Er war einfach alles angezündet. Jawohl. Also, das war jetzt über eine Stunde lang Gameplay von Battlefield Hardline. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Mir war es naja so. La, la, la. Future checkt das Spiel einfach nicht, Leute. Also, es ist dann Leute, die das Spiel verstehen, die feiern letztendlich. Ja, genau. Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal. Wieder gut, nur schön wegdobiniert von Markus und wir. Und wir sehen uns das nächste Mal.